Ja, hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Oriente Blind Forest und wie in meinem letzten Part schon angekündigt bzw. nein, eigentlich in einem Vlog angekündigt, den hoffentlich alle gesehen haben, ist das hier ein besonderer Part, nämlich Part 16 ist eben jener, der jetzt nach einem Jahr Spielpause aufgenommen wird. Ich habe jetzt ein ganzes Jahr oder fast ein Jahr kein Oriente Blind Forest mehr aktiv gespielt, habe jede Menge vorproduziert gehabt und das hochgeladen gehabt und dementsprechend, ja, muss ich jetzt erstmal wieder reinkommen. Also ich habe mir meine letzten Parts alle nochmal angeschaut und weiß so im Groben, was ich gerade getan habe. Ich habe also quasi die Geschichte von Naru bin ich einmal durchgegangen, habe jede Menge neue Fähigkeiten bekommen, die ich überhaupt nicht mehr weiß, wie ich sie einsetze. Und habe mich in dem letzten Part, glaube ich, auf die Suche nach Lebens- und Energiezellen gemacht. Und das würde ich tatsächlich auch ganz gerne noch ein bisschen weiterführen, das war gerade etwas erschreckend. Ich bin ziemlich genau zwischen dem Felsen und dem, also hier so zwischen dem Felsen und dem Ding hier gespawnt, habe auch erstmal einer Lebenszelle Schaden bekommen. Verdammt, ich wollte das Skype schließen. So, ähm, habe auch instant erstmal einen, äh, einen Lebensorb Schaden bekommen. Und will jetzt erstmal gucken, dass ich hier so halbwegs lebendig durchkomme. Oh mein Gott, oh mein Gott. Holy shit. So. Huh. Okay. Gut, gut, gut. Jetzt weiß ich nicht, wo ich hier schon war und wo noch nicht. Ich gehe mal hier hoch, weil hier oben war ich offensichtlich noch nicht. Ist also komplett Neuland. Wird interessant. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, dass ich... Oh. Hä, wie mache ich denn das jetzt? Oh. Wow, hier kann ich gut leveln, glaube ich. Ähm. Oh, oh Gott. Ähm. Ah, ein Leben kriege ich auch wieder. Wartet. Wenn ich den hier hochbäsche, irgendwie, geht das dann? Oh, nein. Damit töte ich ihn. Wie kriege ich den denn hier hoch? Ich weiß es nicht. Ich komme gerade nicht drauf. Ah. Okay. Ähm. Ich gehe nochmal, ähm, meine Fähigkeiten durch. Okay, das bringt mir, glaube ich, nicht so viel. Ich würde das gerne wieder einsammeln können, aber das verschwindet immer. Gut. Das hier. Upsa. Genau. Das war das. Das war... Oh, ich leuchte. Und hier mache ich gerade nichts. Okay. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wenn es geht. Ich versuche es. Bingo. Höh. Ich wusste doch, da war noch was. Äh. Komm schon. Und. Zack. Und. Zack. Und. Oh, knapp daneben. Höh. Okay. Also, das mit der Steuerung ist doch erstaunlich einfach tatsächlich. Dafür, dass ich es jetzt schon so ewig nicht gespielt habe. Höh. Nein. Oh mein Gott. Bitte lasst da jetzt keinen neuen wieder rauskommen. Ich kann das gerade echt nicht gebrauchen. Jetzt habe ich schon wieder nur noch zwei Lebenszellen. Willst du mich eigentlich veräppeln? Oh Gott. Was ist das? Oh. Oh. Oh mein Gott. Nein. 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 Oh nein. Oh nein. Was ist das denn? Oh Gott. Ich werde ja verrückt, ey. Komm. Komm hier runter. Komm. Woh. Das war zu spät. Verdammt. Entschuldigung. Ach, ich habe schon wieder nur noch drei Lebenszellen, ey. Oh. Das war zu weit unten. Ach nee, doch nicht. Hat geklappt. Okay. Ich werde überlegen, ob ich jetzt hier vielleicht nochmal speichern sollte. Ich meine, dann muss ich den Teil hier nicht immer nochmal wiederholen. Das ist, glaube ich, gar nicht so dumm. Und tschüss. Kriege ich noch ein paar Levelschins. Und kriege nochmal eine auf die Nuss. Wundervoll, weil ich es hier nicht anders verdient habe. Schnell, 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 schnell. Oh Gott. Wah. Okay. Was ist das? Und wie kann ich es besiegen? Hier oben ist nochmal so ein Dingsbums. Warum? Ich war zu spät. Verdammt. Nochmal. Aber ich kriege ein Leben von dem. Das ist cool. Reicht das, wenn ich hier drüber... Oh nein. Okay. Ich muss ihn doch wieder drüber jumpen lassen. Finde ich aber gut, dass die immer sterben. Kann ich das nicht... Kann ich das kaputt machen? Ha. Bingo. Oh, aber hier... Oh. Oh Gott. Okay, da darf ich nicht hin. Das ist böse. Da darf ich nicht hin. Okay, wie komme ich denn da runter? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee. Aber... Nein, das funktioniert schon mal nicht. Nein, 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 nein! Verdammt. Okay, ich merke schon, das ist nicht so einfach, wie ich mir das alles vorgestellt habe. Huch. Warum ist der denn jetzt geplatzt? Okay. Also... Ich glaube, ich speichere hier gleich nochmal, wenn ich das hier geschafft habe. Irgendwie... Ach, verdammt. Und wieder nur zwei Leben? Ich kriege zu viel. Das ist gar nicht so leicht. Ich muss ein bisschen... Ich darf nicht so lange warten hier. Okay. Ey, warum habe ich kein Leben von dem bekommen? Das ist so unfair. Ah, da komme ich offensichtlich noch nicht weiter. Ich kriege einfach einen Krampf, ey. Komm hier runter, los. Da. Gib mir noch ein paar Pünktchen. Fertig. Verliere ich eigentlich irgendwas, wenn ich sterbe? Nee, ne? Ich weiß nur, dass das schon viel zu oft vorgekommen ist, dass ich gestorben bin. Schnell, schnell, schnell. So, komm her. Komm her. Zack. So. Jetzt bin ich wieder hier und komme hier trotzdem nicht weiter. Okay. Dann gehe ich jetzt erstmal hierher. Weil hier komme ich ja jetzt weiter. Oh, es ist ein Brunnen, ein Brunnen. X. Einmal speichern und alles auffüllen. Bitte, danke. Und ich könnte mich theoretisch jetzt wohin teleportieren. Ich weiß nur nicht, wohin. Ich bin hier. Ich könnte dahin. Weil dann komme ich Richtung, wo ich hin muss, glaube ich. Dann teleportieren wir uns doch mal dahin. Hin. Würde ich jetzt mal so spontan behaupten. Ui. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay. Und jetzt muss ich... ...in diese Richtung. Böse Viecher, böse Viecher, böse Viecher. Okay, bin ich hier richtig? Muss ich hier hin? Tal des Windes, genau. Da muss ich hin. Uff. Kann ich hier runter? Ne, kann ich nicht. Oh Gott. Alles kleine Kuros. Oh Gott, der böse Frosch. Böse, böse Frosch. Kann ich da hoch? Ja, kann ich tatsächlich. Okay. Oh. 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 Okay, jetzt geht es da oben weiter. Jetzt muss ich einmal ganz kurz auf die Karte gucken, weil... Oh, verdammt. Ich habe da noch gar keine Karte. Sehr schön. Okay, komme ich hier hoch? Nein, hier komme ich leider nicht hoch. Aber was bringt mir das denn überhaupt? Achso, hier. Ah, okay. Okay, jetzt könnte ich... Ah! Oh Gott. Oh Gott. Böse Frosch. Böse Frosch. Weg, 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 weg. Aber Dinge, die ich gesehen habe, wo ich doch schon lang gelaufen bin, die sind doch auf der Karte drauf, oder nicht? Ja. Wollte schon sagen. Ah. Sehr schön. Gut, hier war ich jetzt also schon in dem Wasser. Kann ich in das Wasser unten rein? Ich speichere mal eben hier oben. Dann gucke ich mal, ob ich... Ach nee, kann ich... Ach ja, konnte ich ja nicht. Aua. 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 Huch. Achso, neues... Achso, neues... Ja, okay. Gut. Hier unten konnte ich auch her. Ah, nee, kann ich nicht. Also doch, wieder oben. Upsi. Böse Frosch, böse Frosch. Geh weg. So. Da unten ist was zu holen. Ich habe hier jetzt wundervollerweise die Wasseratmung. Das heißt, mir kann da auch nicht mehr wirklich was passieren. Und da oben. Und da oben. Oh Gott, das ist ganz schön fies gerade. Oh Gott, das ist fies. Oh Gott, ist das fies. Oh Gott, ist das fies. Nein. Bin gestorben. Ich habe einfach nicht auf mein Leben geachtet. Und ich war relativ still gerade. Sorry. Aua. Boah, ich bin so draufgängerisch in diesem Spiel. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen darum, wie es mit meinem Leben und so aussieht. Mhm. Aber diese Musik ist so schön beruhigend, ne? Oh, der Fisch. Der böse, böse Fisch. Okay, jetzt würde ich ja ganz gerne hier... Ah, ich weiß was. Ich weiß was. Wartet kurz. Ich werde hier einmal speichern, weil das ist ja nun wirklich ein Part, der ist echt fies hier. Mit diesen 100.000 Lampen, die man hier aktivieren muss. Ich habe das Gefühl... Das ist gemein. Verdammt nochmal. Nochmal speichern, weil ich es kann. Nebelforst und Trauerpass. Okay. Trauerpass nach oben. Hm. Ich kenne diesen Ort und weiß, wie sich die Luft anfühlt. Der Weg nach Westen führt zum Nebelforst. Oh, oh Gott. Oh, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich die sehe, ne? Kuro lauert dort oben und wird uns nicht passieren lassen. Wir sollten nicht weiterreisen, sonst entfesseln wir ihren Zorn. Hä? Und wie soll ich dann weiterkommen? Einmal speichern, bitte. Also oben sollten wir wahrscheinlich nicht weiterreisen, richtig? Weil nach unten... Oh Gott, habe ich mich... Oh Gott. Meine Fresse. Aber ich muss doch hierher, oder nicht? Ja, da muss ich doch hin. Wie soll ich denn da hinkommen, wenn das nicht geht? Ich verstehe das nicht. Okay, vielleicht muss ich erst irgendwas finden. Hoa. Oh Gott. Vielleicht muss ich erst mal irgendwas finden, womit ich da weiter kann. Oder Kuro einfach ablenken. Ich weiß es nicht genau. Hier kann ich ja hoch, genau. Vielleicht muss ich ja auch erst mal hier hoch. Hoa. Ha, sehr gut. Das ist mein Katapult gewesen hier. Oh, Autsch. Scheiße. Komm her. Komm her. Stirb einfach, du böse. Kleine Kreatur. Gott. Was sind die hartnäckig? Meine Güte. Okay, das geht schon mal nicht. Muss ich vielleicht irgendwas anderes versuchen. Da hochkomme ich schon nicht. Okay. Da hochkomme ich schon nicht. Mein Gott. Erstmal speichern, ey. Okay, ich bin schon wieder fast bei 20 Minuten. Ich gucke mal, wie weit ich jetzt hier noch komme. Ohne, dass ich sterbe. Sehr gut. Läuft doch bei mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich möchte doch nur... Ich komm, ich schaffe es nicht. Okay, warte. Ich gehe erst mal. Okay, das funktioniert nicht. Verdammt nochmal. Stirb, böse Spinne. Ey, ich sterb gleich mit. Yeah. Okay. Ich habe nur eine Fähigkeitszelle, mit der komme ich doch nicht weit. Aha. Glaube... Ja, das werdet ihr jetzt noch öfter sehen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Und wie das Ganze funktionieren soll. Yay. Ah. Das ist doch nicht wahr. Was ist denn das hier, ey? Wartet, ich probiere das jetzt mal anders. Ähm. Ich hatte doch irgendwie... Da mit, genau. Ha. Schafft. So, einmal Spinne töten. Aua. Oh, jetzt kommen wir aber dann nicht mehr hoch, ne? Okay, das war nicht so schlau. Verdammt. Okay. Okay. Ähm. Und wenn ich jetzt speichere, kriege ich Zellen zurück. Dann könnte ich doch... Genau. Bingo. Aua. Ach, sehr gut. So, jetzt hier nochmal speichern. Einfach, weil ich es kann. Ähm. Und jetzt komme ich wieder nicht mehr weiter. Doch, ich probiere es mal hier mit. Nein. Ach, verdammt. Wie bin ich denn hier eigentlich weitergekommen, als ich diese Fähigkeit noch nicht hatte? Ach. Geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Ziemlich windig hier. Ich speichere lieber nochmal einfach, weil ich mich immer so oft darüber geärgert habe, dass ich es nicht tue. Ah, okay. Ich muss einfach über sie drüber. Solange Kuro dort hockt, ist der Weg zum Nebelforst versperrt. Doch schau nach dort oben. Wir können sie vielleicht ablenken, wenn wir diesen Felsen lösen. Felsen lösen. Gut, Leute. Ich würde aber sagen, ich beende den Part an der Stelle mal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich persönlich freue mich sehr, dass es jetzt endlich weitergeht. Und ich bin sehr gespannt, wie lange wir denn hier noch brauchen. Mal kurz auf die Karte spingsen. Ja. Okay. Dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.